Das sind unsere Skifahrer. Die lieben Iglo-Grammelknödel. Und das sind die kleinen Skifahrer. Die lieben natürlich kleine Grammelknödel. Du musst aber noch viele Knödel essen, damit's groß und stark wirst. Ach du gib'n nicht so an. Iglo-Grammelknödel schmecken so, wie so, klassisch und jetzt neu als Mini-Knödel. Iglo. Ist was weiß.